onkel ja du bist doch immer für eine überraschung gut ja deshalb kommt kommen flohsamenschalen mit ins brot wir sind hier drin fünf beutel ich habe fünf beutel eingefügt und ich denke es hat positive eigenschaften auf den teig wollen wir doch mal sehen energiemister spock na wat denn sonst